Drei Männer sind im Krankenhaus, kommt der Arzt zur Visite rein und sagt zum ersten Patienten Wie heißen wir denn? Berger. Was haben wir denn? Hämorrhoiden. Behandlung. Werde gepinselt. Besondere Wünsche. Nein, danke. Geht zum nächsten und sagt, grüß Gott, wie heißen wir denn? Bauer. Was haben wir denn? Hämorrhoiden. Behandlung. Werde gepinselt. Besondere Wünsche. Nein, danke. Keine. Kommt er zum dritten, sagt, grüß Gott, wie heißen wir denn? Seidl. Was haben wir denn? Halsentzündung. Behandlung. Werde gepinselt. Besondere Wünsche. Ja, ich will als erster gepinselt werden.